ich finde das sollten sie noch mal anpassen das ist noch nicht so die weisheit letzter schluss oder wie man das so nennt ich habe überhaupt keine ja gut was der jetzt schlussendlich draus wird das wird ich will doch gar nicht schlafen sie müssen aus doppelt sie immer kacke aus Boah, wenn ich jetzt wüsste, wie, dass ich hier nicht rausplumse. Wenn ich jetzt Slaps, noch mal Slaps drauf mache, habe ich im Prinzip das gleiche Problem, wie ich eigentlich vorher hatte. Oder nicht? Ich glaube es mal schon. Wir machen uns auf jeden Fall jetzt noch mal eine Türe. Ja, aber da haben wir eine Tür vor der Nase. Ups. Haben die Gläser dabei? Ja. Das mit der Tür müssen wir irgendwie anders regeln. Ich will die Tür jetzt nicht so direkt vor der Nase haben. Wenn wir die vielleicht hier haben. The next problem that we have. Wollen wir ihn vielleicht dann doch woanders hin machen? Wir machen es vielleicht woanders hin. Fragen über Fragen über Fragen. Naja. Wir machen auf jeden Fall jetzt erstmal hier Schottenlicht. Wir bauen hier erstmal ab nochmal. Tut mir leid, aber irgendwie, das kann so nichts werden. Vielleicht gehe ich mal in der Kopie irgendwie mal das ausprobieren, was ich, äh, ne, wie ich wollte. Hätte schon Schniekel ausgesehen, aber... Wir könnten uns aber wenigstens hier eine Unterdachung machen. Das wäre... das schien irgendwie noch komisch aus hab ich ich mache es schnell so wo 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 ich hab sie dabei aus es sollte ich auch mal gleich So. Wie sieht das aus? Scheiße. So kacke ist es jetzt auch nicht. Ja, ihr habt Hunger. Ich weiß es nicht. So. Kein Bock, dass wir Sonnenbrand kriegen. Ja, blöd. Ja, ja. Wobei. Letztens habe ich überlegt, ja, wir gehen das noch mal auf Touren, holen Whetstone. Aber das Problem ist, wenn wir einen Kompass haben, dann wäre es uns zu unserer alten Hütte da hinten, ähm, hinschicken. Ja, kann man lassen. Dann könnte man doch eigentlich hier einen Gang machen, könnte ich hier eine Tarasen machen. Aber, wir könnten theoretisch, pass mal auf, 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 essen, 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 essen. Wie immer rülpst, ne? Theoretisch. Wir probieren jetzt mal. Wir machen das mal, äh, mittig. Geht mittig überhaupt? Eins, zwei, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Natürlich. Geht natürlich nicht. Bullshit. Bullshit TV. Na, super. Super. Ja. Damit hat ja dann keiner gerechnet. Warte mal. Passiert das so. Hm. Autsch. Ähm. Würde das gehen? Würde das gehen? Würde das was gehen? Würde das gehen? Jetzt muss ich mal was schauen. Nein, das geht wahrscheinlich nicht. Oder? Äh. Das ist doch alles so nervig. So. Das ist auch nervig. Und das wird einfach total schäbisch aussehen. Aber was wollt ihr von mir? Sieht das schäbisch aus? Ich würde sagen, ja. Ah, das fängt alles so schön an, aber ich hab keine Ahnung, was ich hinterher zu Ende machen soll. Komplette Blöcke sieht nicht gut aus. Ich hab' ich hab' ich hab' ich weiß es nicht. Aber nee. Aber nee, klar, es würde aber auch blöd aussehen. Aber wir müssen Slaps machen. Ja, das sieht jetzt auch nicht gerade wirklich so gut aus. Ich glaube, da muss ich dann schon hier jetzt zumachen. So. Ich habe wieder ein paar Frame-Einbrüche hier. Auch wenn es nicht gerade gut aussieht, eine andere Lösung fällt mir jetzt eigentlich auf die Schnelle gerade nicht ein. Wir gehen auf jeden Fall mal pennen. Gute Nacht. Gute Morgen. Fünf Uhr in der Früh. Und schauen jetzt mal, wie das aussieht. Wahrscheinlich schäbig. Richtig, richtig, richtig schäbig. Danke, 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 danke. Kein Pfeffer, kein Pfeffer, gut. Naja, es geht, es geht, aber das da sieht gleich aus. Dann müssen wir das jetzt auch noch ersetzen. Mit Holz. Mit Holz. Das da auch noch ersetzen. Mit Holz. Na toll. Danke, 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 danke. Ähm, pfff, ja, ja. Gut. Können wir das nämlich so machen. Und so. Können auch gleichzeit noch ein bisschen aufs Dach laufen. Ist doch schön, ne? Das Dach könnten wir eigentlich auch mal ein bisschen. Ein bisschen beleuchten. Geht das eigentlich noch mal, wenn man jetzt vielleicht zufällig das so. Ähm, pff. Ähm, ähm, ja, ähm, nein. Wir setzen einfach, äh, hallo, facke, hier. Geht's? Ach, geht nicht. Okay. Dann geht's nicht. Mal mit dem Slap hinmachen. Geht das? Hört. Vielleicht. Nee, komm. Das war's. Äh, nee, das war's. Nein, die Facke. Nein. Sie haben die Facke verloren. Egal. So. So, was ist das jetzt hier? Das sind so Grilldingsier. Halt. Irgendwie. Ja, verdacht. Und der Dachswimmingpool. Das wär's doch, oder? Soll man Dachswimmingpool machen? Das sind Fragen über Fragen. Das sind Fragen über Fragen. Äh. Äh. Ach so. Ach so. komm bevor wir hier alles zerstören tun wir eh schon lassen wir das halt so also das lassen wir nicht so man lernt es nie also ich zumindest lernt nie das lerne ich auch nicht sie das so schlecht honey mach es mal heller bitte so das wie mich das wäre es natürlich auch probieren jetzt kommt man aus das macht mich jetzt irgendwie grad aggressiv es wird hier mit unserem haus und umgebung es wird aber es wird langsam auf mit ihr so und wieder hoch das sind cool gut das hat sich dann auch schon erledigt mit uns Dachswimmingpool war es jetzt also nicht wirklich okay na gut dann wird es halt irgendwas anderes gut 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 wie wir das jetzt mit der tür wie regeln wir es mit der tür wie regeln wir das mit der tür auf den liksom schon besser aussieht gut gut